Da-di-da-da-da-du, ja, da sind wir wieder. Ja, mal wieder, nein, nicht mal wieder, sondern das erste Mal. Pflanzen gegen Zombies! Und da haben wir schon einen sehr tollen, gezeichneten Zombie. Und hier auch einen Zombie-Kopf und dann starten wir jetzt das Game. Ja, wie ihr jetzt gerade hier seht, Level 2 von 2. Was das jetzt zu bedeuten hat? Mein Gott, der Ton war leider Gottes zu laut vom Spiel. Und deshalb konnte man meine schöne Stimme nicht hören. Nein, trotzdem, man konnte meine Stimme nicht hören. Und das wollt ihr nicht, weil es ist ein Display. Bei einem Display muss man auch reden. Also machen wir jetzt einfach mal da weiter, wo ich bei den vorigen Netzballen aufgehört habe, was ihr nicht sehen könnt. Na, machen wir einfach weiter. Ich habe in mich schon alles eingetragen und alles andere gemacht. Und was ich schon alles geschafft habe, werdet ihr auch gleich sehen. Und jetzt kommt gleich dieser Typ hier da, den ihr auch gleich kennenlernen werdet, wenn ihr ihn nicht schon kennt. Das ist irgendwie ein crazy Typ. Hey, yo, 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 yo. Ich kann eh nichts lesen davon. Also, in den vorigen Folgen habe ich es gemacht, ganz ehrlich. So. So, wir spielen jetzt schon nachts. Da hinten ist ein kleiner Friedhof, wo eigentlich ein Park sein sollte. Da ist schon der Zeitungstypie. Wir haben schon diese ganzen Zombies hier. Und auch schon diese ganzen Pflanzen. Den hier haben wir letzte Folge neu gekriegt. Den werden wir auch gleich mal mitnehmen. Den auch. Den auch. Und den und den. Und, ihr werdet nicht glauben, den auch. Naja. Jetzt werden wir, jetzt haben wir auch gleich schon, ähm, bestimmt, ja genau, Särge, also Grabsteine. Da kommen die Zombies dann nachher auch raus. In der, in der Final Wave. Z- Plans. Also, es tut mir wirklich leid, die letzten Folgen konnte ich leider nicht zeigen, leider nicht herausbringen, weil sie einfach zu laut vom Ton her waren. Aber jetzt hoffe ich, mache ich es besser. Hoffe ich jedenfalls. Und jetzt erkläre ich einfach dasselbe, wie letztes Mal. Im Torte Real wurde uns erklärt, dass das hier sollen wir uns, äh, sozusagen Material geben. Nicht Material, sondern eben, damit wir was bauen können. Diese Sonnen sind auch zu da, dass wir Sonnen pflanzen können. Sieht man auch ganz schön da unten, was das alles kostet. Und wir müssen diese Zombies unternehmen. Deshalb heißt es ja auch so schön, Pflanzen gegen Zombies. Aber das kennt ihr ja. So, die bringen nur kleine, halbe Sonnen. Eine ganze Sonne wären dann 25, eine halbe Sonne wären dann theoretisch sogar 15. Also, ist ja ganz schlau zu merken, ne? 15, die hier bringt 15, die hier bringt 25. So, und die hier sind kostenlos. Die haben mich in der letzten Folge richtig fasziniert, diese kleinen Mushrooms. Die finde ich richtig cool. Und ich werde noch mehr Folgen davon machen. Erstmal muss ich gucken, wie es überhaupt bei euch ankommt. Aber letztendlich werde ich es trotzdem netzplayen. Ich gar nicht, ob ihr es wollt oder nicht. Denn ich finde dieses Spiel richtig geil. Ich wollte schon immer mal spielen. Und jetzt habe ich es jetzt das erste Mal gespielt. Und mache gleich netzplay daraus. Äh, meine Zeitung! So könnte man es auch sagen. Dipp. Dipp. Dipp, Dipp, Dipp. Dipp, Dipp. Dipp, Dipp. Dipp, Dipp, Dipp. Okay, da hat er unsere Pilz aufgefressen. Weißt du denn, dass der giftig war? Nur giftig. Und da ist er tot. Dipp, 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 Dipp. Nein, nur noch Teams. Das kann ja gar nicht mehr sein. Da war gerade richtig gute information drin. So, ganz schön Sonnen, Sonnen, Sonne. Dipp, Dipp. Die haben wir auch schon herausgefunden, die machen Eis, damit sie langsamer werden und sie machen auch Schaden. Also das werdet ihr auch alles noch sehen. Lasst euch ja nicht im Dunkeln tappen. Aber ich finde das eben scheiße, dass wir das letzte Folge, eine Vorfallletzte Folge von Negationspflanzen gegen Zombies, haben wir so schön alles erklärt gekriegt. So schön. In der Folge haben wir ein bisschen was Neues dazu gekriegt. Oh geil, die wachsen und dann kriegen wir größere. Ich verstehe. Aha, guck mal, das habe ich jetzt auch nicht herausgekriegt. Wenn die wachsen, dann wachsen und dann kriegen wir größere Sonnen. Also baut immer diese kleinen mit dazu. Und schon könnt ihr... Ne, ne, ne. Und hier. Wächst hier mit. Mit Höhen. Sonnen, 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 Sonnen. Oh, jetzt kommt schon eine große. Welle. Ziemlich groß. Mein Gott. Na ja. Ziemlich schon irgendwie schaffen. Irgendwie. In deiner Hinsicht werden wir schon schaffen. Ja. So. Dann bitte. So, ein paar Eise. Da seht ihr es auch mal ganz schön. Da kann man vereist. Und dann kriegen wir so schnell auf. Und auch andere Sachen können wir so schnell auf. Versteht's? Das. Das hat er nicht. Oder damit? Äh. Ja. Ja. Tipp. Und. Dann sollte ich ihn mal in Deckmann ziehen. Tipp. 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 So, so lange kurz haben wir was für die Pilze im Gericht. Und was? Jetzt kommt der Final Race. Da unten seht ihr auch immer ganz schön die Fahnen und so. Da unten mit den Zombie-Kotzen, wo wir gerade sind. Was wir noch befreitigen müssen. So, da unten haben wir jetzt Besuch. Wir wollen keinen Besuch besuchen. Wir sind sehr unfreundlich zu essen. Das wird jetzt wie... Wir haben auch schon ein bisschen Geld gekriegt. In der letzten Folge. Haben auch schon ein bisschen Geld gekriegt. Das war das erste Geld, das wir gekriegt haben. Und dann haben wir jetzt noch mal der Eisdinger. Eisig. Und... Da unten mit ab. Wo ist mehr Sonnen? Ja, da unten. Wo auch mehr Sonnen. Und dann ist es Sonnen. Heute gibt es einige Aussichten. Sonnen. 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 Also unsere Gestaltung war schon mal besser. Und da ist Geld drin. Geld drin. Und da auch noch mal Geld. Da seht ihr auch schon wieviel Geld wir haben. Was wir langsam haben. Wir schwitzen Geld. Und jetzt kommt gleich die Final Wraith. Wird auch gleich nochmal ganz schön stehen. Und jetzt kommen die da gleich aus den Saren. Aus den Grabstellen raus. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Kann sie jetzt aus. Los. Wir töten sie. Ihr habt eine Chance. Ihr habt... Nicht nur eine Chance. Ihr habt tausend. Schauen. Nein. Mit ihr absetzen. Ich dachte eben schon, weil ich eben eine... Deine Hand hatte. Los. Töte sie. Die Pflanzen gegen Zombies. Bäm. 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 Also wie gesagt, es tut mir leid, dass in der ersten Folge schon so viel... Naja. Oh, wir kriegen sogar ein bisschen Geld. 75 kostet das und kann noch mehr Blubberblasen abspollen. Noch mehr Blubberblasen. Das kommt halt nicht herrsch. Ja, mein Haus. Und dann geht's jetzt los. Und das habe ich auch in der letzten Folge und in den vorvorletzten Folgen immer gesagt. Und Zombies. Oh, ein Typ mit einer Tür oder so in der Hand. Okay. Naja, dann wollen wir mal gucken, wen nehmen wir da erst mit. Auf jeden Fall den. Auf jeden Fall den. Den auch. Den auch. Den auf jeden Fall. Und das war's dann. Ja, los. Los geht's. Gucken, ob ich schaffe. Also sofort eine Sammlung. Los, ready. Set. Flint. Und jetzt. Ja, los geht's. Ja, los geht's. Ich hab ja schon immer gesagt, ich kann's nicht aussprechen. Gleichweite können die erst schießen. Das wissen wir jetzt auch schon. Gut. Da noch. Noch einer. Leib den nicht. Den. So. Schießt. Die kommen auch immer nur da im Moment. Die kommen auch immer nur da im Moment. So. Sonst langsam wird's doch hier was. Mit den ganzen Sonnenblumen. Sonnenblumen. Da schießen die wieder. Schießen. Eben. 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 Und. Eben. So. Also unsere Pilze bringen schon etwas. Die wehren jedenfalls den ersten Sturm ab. Und das ist doch schon mal was. Mehr können wir auch nie von diesen Leuten da erwarten. Ah, da kommt der schon mit der Tür. Da ist doch nicht die Tür. Man, ja. Er hätte ja auch etwas anderes sein können. Oh, da schießt ihn. Da hätte ich jetzt gleich ein liebsten so'n Ding hier. Ja, wir müssen den mal haben. Denn. Oh. Feuer. Oh. Feuer. 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 Reiß langsam! Stirb! Ah! Okay, okay! Groß! Tutet sie alle! Die scheinen ja dann ein bisschen besser zu sein. Glaube ich jedenfalls. Ob das wohl was bringt? Ich weiß es nicht. Hm. Ja, auf jeden Fall Pool. So, Sonnen. Sonnen dürfen wir nie vergessen einzusammeln. Wertvolle Ware. Dip, dip, dip. 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 Und dann passen wir jetzt auf. Wir gehen hier oben. Fest gemacht. Und holen wir noch ein Blatt. Einblatt. Einblatt. Yes! Und Geld. So. Und Geld, Geld. Einblatt. Feine Reiß! Jetzt schon! Schöne, wir machen... Die. Schöne, wir machen! Wir lassen uns auf. Oh, wir machen uns auf. Oh, Moment! Oh, Moment! Gut, alle rein! Alle rein! Und was ist das jetzt? Das kann ich nicht erkennen. Wir sind Holzding, oder? Holzding! So! Wave Booster! Blank Wave, you move! Ich weiß... Naja... Das werden wir noch herausfinden. Und jetzt, wie es scheint, kommt wieder der Crazy-Typ. Weil, das dauert nämlich jetzt ein bisschen länger. So, da kommt der Crazy-Typ. Hey, Wernaboye! Ist das nicht... Ja, da, 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 da! Hä? Hä? Okay, ja, war ich. Hey, okay. Der scheint ja ziemlich verrückt zu sein, aber trotzdem... Gebt er uns gute Tipps. Hm. Naja. Irgendwie... Muss er mal jemand Tipps geben. Da kommt auch wieder dieser Spring-Typi. Er springt über unsere Sachen, Hugo. Leider... Gut. Dann haben wir jetzt hier den... 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 Und... Den... Den... Gut. Let's rock! Los geht's! So, und als erstes wieder eine Sonnenblume pflanzen! Und da sind dann jetzt aber richtig viele... Grabsteine wieder. Buddy! Was wird? Pflanzt! Oder so. Ist auch egal. Depp! 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 Na ja, eine Sonnenblume! jesne, die Hanne- Du, 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 du. Der, 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 der. Na! Komm schon! Waas-Ein-Eine. +, Jetzt haben wir! Mhärn-Ein... Ja! Na! 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 O, und doch und doch, und doch. Tuh! 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 So! Da kommt er jetzt auch an, der Typ, aber da haben wir keine Verteidigung. Gleich haben wir Verteidigung. Was war das? Noch eine Sandbogen. So, da kommt er mit den Sandbogen. Wir hätten beide da hinpacken müssen, wo die Zimini gerade kommt, aber egal. Jetzt packen wir da eine hin. Jetzt noch eine. Und da habe ich noch eine. Das heißt, es ist schon wieder Ratschen gesetzt, naja. Das schaffen wir schon irgendwie. Und nach diesem Kampf würde ich es einfach mal sagen, weil ich sage jetzt gleich einfach mal, wenn diese Sache hier vorbei ist, dass die Folge vorbei ist. Wenn es ein bisschen zu lang geworden ist. Naja, das ist ja auch eine Vorstellungsfreude. Das ist ja die erste Folge jetzt von Fans. Und deshalb geht das doch. Los! Habt ihr eben auch schon gesehen, wie er da rüber gesprungen ist? Also, falsch gesetzt. Wir dürfen keinen Menschen zocken. Nein. Groß. Papierdruck. Naja, dann werden sie eben vom Rasenmäher überrannt. Dann eignen sie durch. Dann gehen sie durch. Wie ihr seht. Ich habe ja jetzt der Fall gesetzt. Hm. 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 Das mag ich wohl zu bezweifeln. Hm. 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 Okay, dann kann ich jetzt einfach mal da ein... oder da... da! Ah! Stil! Hm, selbstverständlich. Geil, okay. Wir wissen jetzt auch schon, wofür das ist. Da können wir ja auch mal Pflanzen setzen. Dieb! 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 Noch keine Feine, oder? Ein 15 Becken! Noch keine! So, ein Becken! Scheiße, wenn es die Sonne gemacht wird. Hier bin ich. Und jetzt, um den Hals aufrissen oder zerstören. Das kann ich mal sagen. Und dann, bitte, bitte. Und dann, bitte, bitte. Und dann, bitte, zerstören hier. Und dann, die Sonne. Oh, Sonne... So, Geld, Geld. So eine Sonne, Sonne. Und auf. Das Leiden können wir gleich erstmal aufsetzen. Ja, dann ist er aber dran. Oh, jetzt machen wir alle aufgessen, bevor sie vor die letzte Welle kommt. Gut, hochfressen, die machen den bisschen fertig und der letzte Welle ist ein Traum. So, ja, die, 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 die. Auf geht's, die, 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 die. In der ZEB, die, 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 die. Und dann wird's weitergegon. Oh, gleich noch ein paar ZEB. Oh, gleich noch ein paar ZEB. Jetzt noch ein paar ZEB. Oh, das war ein. Oh, ganz viel Geld klingelt irgendwie, ne? So viel. Oh, ne, die geht nicht. Oh, ne? Oh, ne? Irgendwie ist unsere ganze Welt weggegangen. Ähm... So, haben wir es doch noch geschafft. Dipp. Dipp. Punkt. Achso, der ist immun gegen diese Sachen. Da wollte er abtragen. So, jetzt kommt gleich die Final Wave. Dann müssen wir uns ein bisschen mehr vorbereiten. Am besten. Okay. Kann den auch so nicht sein. Okay. Kann nur... ...dragschneiden. Dann müssen wir hier rein. So, dann ist das jetzt gleich die Final Wave. Guck jetzt gleich die Wende. Komm. Scheiße. Ich hoffe, die Kammer noch fertig haben. Das ist wahrscheinlich noch fertig. So gut sind wir noch. Hoffentlich. Und jetzt... ...dragschneiden. Dann gleich nochmal den Dappel. Dann machen wir noch zwei Dappen. Und jetzt... Genau. Jetzt gehen wir hier wieder ab. Und jetzt gehen wir hier wieder ab. Und ab und meine zweimal stießen. Und dann ging das doch ziemlich schnell vom Stall um hier. Mal die Sammeln hier. Und dann haben wir jetzt ein Buch. Und dann war mal die Sammeln. Und dann somewhere im Hintergrund. Es geht auch nochmal in die Sammeln. H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H! Okay, dann können wir also die einzelnen Eigenschaften. Das ist doch auch eine geile Sache, naja, dann ist die Folge auch schon vorbei und dann sag ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.